So, jetzt müssen wir mal gucken, wo die neuen Steine jetzt, wie die neuen Steine jetzt verblieben sind. 12, 24, 36, gut. So, das sind die. Und die müssen wir jetzt nur noch in Treppenstufen machen. Ich fände es besser, wenn wir... Hallo? So, machen wir das. 24 Stück. Wir werden wohl ein bisschen brauchen dafür. Wir müssen uns mal Wege hier hinbauen. So. Okay. Vielleicht kriegen wir das Dach noch diese Folge fertig. Das würde mich wirklich sehr freuen. Ach ja, ich glaube, ich mag es auch so bei Nacht. Ich mag das echt bei Nacht. Also, das brät er jetzt so ein bisschen da. Die Sachen. Und wenn ich mich jetzt recht erinnere, müssten wir bei 98 oder 99 sein, Folge. 199, 98. Mal gucken. Mal gucken, wie das alles bei Nacht von oben aussieht. Das haben wir zwar, glaube ich, schon mal gesehen, aber ich will mal den Neubau anschauen mit dem Rohbau. Das kann ein neues, schönes Grundstück werden. Man sieht es von oben hier sehr klein, sieht man es. Aber man kann drin ruhen. Man kann wirklich drin wohnen. Aber wir machen uns wirklich hier so ein kleines Paradies auf. Wirklich. Also, und wir leben hier, wir führen hier das Let's Play alleine und spawnen hier so viel auf. Es ist unglaublich hier. Der große Spawn hier. Schön. Ich muss mal ein Backup von der Welt machen. Das ist unglaublich. So. Okay. Ups. Das wollte ich nicht. Ich wollte sie nicht stören. Wenn sie hier wohnen, dann wohnen sie hier. Ups. 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 Schnell weg. Schnell weg. Schnell weg. Uah. Zombie. Uah. Gott, oh Gott, oh Gott. Schlimme Viecher, solche Viecher. Schlimme Viecher, ja genau. Schlimme Viecher, solche Viecher. So. Ähm. Ja, ist ja gut. So. Guten Morgen. Ich bin mal gespannt, wie gleich das Holz brennt. Ähm. Ja, komm, jetzt, jetzt, komm. Wir haben hier immer noch eine Tür. Machen wir die von innen oder von, komm, von, na, von außen wäre ja, glaube ich, ein bisschen, würde ja besser aussehen von außen, ne. Genau den Fehler gemacht. So, haben wir noch Holz? Drecksviech. 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 Hau ab vom Rohbau. Wenn du hier reinkommst, dann, wenn du hier reinkommst, dann, der kommt hier nicht rein. Ach, da fällt mir ein, wir müssen, wir müssen davor nochmal Holzsträhn einbauen. Holzsträhn, damit wir ja wissen, ähm, wie der, wie die Dachführung ist. Deswegen, ich kann ja, ich kann ja kaum so bauen. Also, ich mach das gern mit diesen Holzsträhnen. Wir machen von innen solche schönen Holzsträhnen und dann geht das auch. So. Zuerst kommt eigentlich von unten. Das machen wir erstmal von unten. Das hat ja gut geklappt. Jetzt gehen wir mal ganz nach oben. Ach, guck mal, das ist Heinz. 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 Heinz, 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 Heinz. Guck mal, Essen. Ah, guck mal, auf Essen reagierst du. Hey Heinz, na? Schön, nicht zu sehen. Du siehst gerade, was hier gerade entsteht, ne? Heinz freut sich ja immer. So. Ich hab das Gefühl, dass das Haus wirklich sehr schön wird. Da hab ich wirklich ein sehr gutes Gefühl. Es wird zwar klein, aber fein. So wird's. Der erste Ofen ist ausgegangen. Der hat hier noch 13 Stück. Der hat ja auch nochmal 13 Stück. Gut. Das reicht ja dann hoffentlich noch. Wobei, ich weiß nicht, ob das reicht. Mal gucken. Immer dieses Hin- und Hergelaufen, ne? Kann manchmal schon auf den Zinkel gehen. So. Okay. Ja. So. Ja, das wird nicht reichen. Wir werden auf jeden Fall viel mehr Steine brauchen. Wir werden das Dach, glaube ich, auch diese Folge nicht fertig bekommen. Da gehe ich gerade mal ganz stark davon aus. So wie ich die Größe jetzt davon gesehen habe. Und dann bleibt es halt. Dann überspringt es halt das Jahrhundert. Das Jahrhundert hier. Das macht ja nichts. Steinblöcke, haben wir hier noch? Diorit, nee, das brauchen wir jetzt eigentlich nicht. Wir haben jetzt den ganzen Scheißstein weggeworfen. Irgendwie brauche ich das jetzt gerade so ein bisschen. So ein bisschen. Klass. Dann setze ich einfach mal die Glasscheiben ein. Jetzt spielen wir heute mal wieder Glaser. Können wir theoretisch auch so eine Glastüren bauen. Dann kommt niemand durch. Gut, sieht zwar ein bisschen komisch aus, aber Können Sie auch mal probieren. Oh, schon ist das Glas weg. Schon ist das Glas weg. Da ist das Glas schon wieder weg. So. 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 Das Lied ist schön. Das sollte auf jeden Fall reichen an Glas. So. Hallo. Kann ich bitte tauschen? Danke. Warum ging denn das nicht? So. So. Nach meinen Berechnungen müsste das jetzt die Folge 199 sein. Das heißt, wir sind... Also nach meinen Berechnungen jetzt. Ich kann nicht sagen, ob das jetzt wirklich ganz genau so stimmt. Ich kann nämlich jetzt gerade nicht auf den Desktop zugreifen im Vollbildmodus. Theoretisch aber. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ich habe gerade ein bisschen nachgedacht. Gut. Falls es die Folge 199 sein soll, kommt nächste Folge ein Special. Ein Special, wie ich die letzten 100 Folgen fand. Wenn nicht, dann kommt noch die Folge 199, wo ich dann normal das Haus weiterbaue. Und... Deshalb lege ich erstmal jetzt schon mal alle Sachen hier zurück. Bis auf die Melonen. Die kann ich behalten. So. Ich würde tatsächlich meinen Abschied auch gerne vom Turm rausnehmen. Aufnehmen. Das heißt, wenn jetzt noch... Wenn das jetzt Folge 198 ist, nicht 199, dann wird natürlich noch eine Folge angehängt. Das ist jetzt kein Problem. Boah, die Musik würde gerade dazu passen, wenn ich jetzt anfangen würde. Ähm... Fürs Erste war es das dann. Ich bedanke mich natürlich fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich glaube, es ist jetzt eine 12... Eine 12-minütige Folge. Ich lasse die Musik dann noch so ein bisschen ausklingen. Falls das wirklich 199 ist. Die Musik mag ich. Ja, ich bedanke mich natürlich fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ja. Wir haben es weit gebracht. Auf jeden Fall.